Moin Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Willkommen zum nächsten Versteigerungsvideo in der Weihnachtsspendenaktion 2019. Organisiert vom Stefan123321 mit meiner unbedeutenden Mithilfe. Ja, das nächste Messerchen, das ich euch präsentieren möchte, kommt aus dem Hause Böker Plus und hat im letzten Jahr, 2018, doch ziemlich eingeschlagen. Das muss man so sagen. Es ist ein Slip Joint. Es ist das Böker Plus Slack im Raphael Durand-Design. Ja, dieses Messer hat mich als Spender erreicht, unabhängig von den Sachen aus Stefans Spendenkiste. Ja. Min, 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 do, das ist aber wieder was, do. Ein wunderschöner Slip Joint-Folder mit einer sehr strammen Rückenfeder. Volle Länge. Das Zeichen Makers Mark von Raphael Durand. Ist das jetzt eigentlich ein Wagenrad oder ist das ein Mühlrad? Ich weiß es gar nicht. VG10 Stahl, G10 Griffschalen, perfekt angepasste Rückenfeder. Durchnummeriert auf dem Klingenrücken. Abschluss der Rückenfeder, perfekt. Die Dinger sind ja manchmal schräg und schief und krumm. Das macht echt keinen Spaß. Nested Liners, maximal ausgebohrt für Gewichtsersparnis. Voller Vierfingergriff. Ein wirklich wunderschönes Taschenmesser mit diesem 60-40 Swatch Grind. Gut, das Böker Plus Logo mag ein bisschen groß sein auf diesem Modell, aber sei es mal dahingestellt. Das Slack ist wirklich ein tolles, tolles Taschenmesser. Dieses Taschenmesser könnt ihr jetzt ersteigern. Unter dem Video findet ihr wie immer einen angepinnten Beitrag. In diesem angepinnten Beitrag könnt ihr euer Gebot abgeben. Die Auktion läuft selbstverständlich 24 Stunden von 20 Uhr bis 20 Uhr am Folgetag. Innerhalb dieses Zeitraums könnt ihr eure Gebote abgeben. Natürlich endet die Auktion automatisch um 20 Uhr, auch wenn ich nicht da sein sollte, um das Ende der Auktion zu verkünden. Also seid fair zueinander. Wie ich in den anderen Videos schon gesagt habe, könnt ihr mir einen riesen, riesen Teil Arbeit abnehmen. Meine Zeit im Moment reicht vorne und hinten nicht aus. Wenn ihr der Höchstbietende seid, unter dem Video findet ihr meinen Paypal-Kontakt und meine E-Mail-Adresse. Der Versand ist wie immer, ich glaube, was haben wir in Deutschland aktuell? 4,30 für ein Päckchen oder 4,20 für ein Päckchen und 7,49 für ein Paket. Das werde ich aber nochmal drunter schreiben. Ihr sucht euch euren Wunschversand aus, überweist euer Höchstgebot mit dem Wunschversand per Familie und Freunde an meinen Paypal-Kontakt. Ihr gebt in der Kommentarfunktion eure Adresse an und um alles weitere werde ich mich kümmern. Das heißt, solltet ihr dieses Slack ersteigern, habt meinetwegen 59 Euro geboten und wünscht einen versicherten Versand, dann geht ihr zu Paypal rüber, sendet 66,49 an meine Adresse, gebt eure Anschrift an und ich kümmere mich um den Rest, so schnell es geht. Das ist wirklich der Idealfall. Sollte euch Paypal nicht möglich sein, solltet ihr nicht in Deutschland wohnen, dann müssen wir leider Gottes in irgendeiner Form Kontakt aufnehmen. Verzeiht mir bitte, wenn das nicht minuten genau oder stunden genau nach der gewonnenen Auktion passieren kann. Mir fehlt da eventuell, ich sage nicht, dass es so sein wird, sondern nur, dass es so sein kann, die Zeit da sofort zu reagieren. Also habt ein bisschen Geduld, idealerweise läuft es so wie vorab beschrieben über Paypal. Dann macht ihr mir die Sache wirklich leicht. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, haut in die Tasten, bietet was das Zeug hält. Es ist ein wirklich tolles, tolles Taschenmesser in einem hervorragenden Zustand. Würde mich natürlich freuen, wenn es in gute Hände kommt, die das Design zu würdigen wissen. Aber ich glaube, beim Slack kann man so oder so nicht viel falsch machen. Selbst wenn man auf moderne Folder steht, ist das Slack auf jeden Fall eine Option. Wer auf klassische Folder steht, wird auch damit kein Problem haben. Von daher, haut in die Tasten, bietet was das Zeug hält und ich sage, wir sehen, hören und lesen uns schon bald wieder. Bis dahin, bye bye.